Abgasanlagen müssen sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden und für die angeschlossenen Feuerstätten geeignet sein. Wie Sie eine Abgasanlage mit einem Videoinspektionssystem überprüfen können, möchte ich Ihnen heute einmal zeigen. In diesem Fall führen wir die Inspektion mit der Wöhler FIS 700 Kabelkamera und der Zusatzbeleuchtung durch. Dann gucken wir mal in den Schornstein rein, ob wir die Anschlussöffnung finden und wie der Schornstein überhaupt von innen aussieht. Der 40 mm große Kamerakopf ist dreh- und schwenkbar, sodass ich also alle Seiten des Schornsteins mir ansehen kann. Und mit Hilfe der Fokusfunktion habe ich die Möglichkeit, mir einzelne Details, beispielsweise eine Anschlussöffnung, so wie hier, ranzuholen. Und dann kann ich davon ein Bild machen oder ich kann auch von der gesamten Kamerafahrt ein Video machen, das ich dann auf der SD-Karte speichere und dem Kunden danach zur Verfügung stelle. Da Schornsteine von innen ja fast alle gleich aussehen, habe ich die Möglichkeit, mit Hilfe der Sprachaufzeichnung auch zu speichern, bei welchem Kunden ich gerade bin. Also was ich mir hier tatsächlich gerade angucke, sodass man im Büro die Aufnahmen auch hinterher zuordnen kann. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, mit Hilfe der Textfeldfunktion ein Bild zu machen. Wenn man beispielsweise einen Mangel sieht, kann man diesen Mangel dann direkt auch eintippen und dann ist dieser Mangel auch dokumentiert. So einfach ist die Kamerabefahrung einer Abgasanlage mit der Wöhler FIS 700 Kabelkamera. Untertitelung des ZDF für funk, 2017